hallo hier ist der martin von money monkeys das ist die lachsanalyse für montag den 24.10 2022 und unser lachs der hat sich hier zum freitag ein gutes stück oben raus geschossen sah fast alles wie geplant also unten kurz nur die 600 runter ich glaube das hat man schon vor mittwoch donnerstag immer mal wieder mit erwähnt dass das gut passen würde sondern seine flagge aufgelöst hatten ja auch im tageschart gesagt dass hier das ein bisschen flach also erstmal hier ein umkehrsignal gewesen ist aber die bewegung danach deutlich abgebremst hatte und er gut und gerne sich noch mal anziehen könnte wir sind jetzt ja schon im kontakt mit der linie gewesen als pullback das heißt im grunde genommen müsste man die jetzt eigentlich zum folgetag vernachlässigen das würde unserem dax dann mal ein bisschen potenzial oberhalb eröffnen wahrscheinlich an diese trendlinie ran da gehen wir am besten eine zeiteinhalb wieder runter gucken in den zwei stunden chart und haben übrigens hier ganz daran fehler ausbruch na also das war heute auch thema im chat hat jemand bei uns geschrieben hier auf der webseite mann-monkeys.com das doch dass ein fehler ausbruch oben wäre und wie wir das sehen würden und da muss ich ganz klar sagen also fehler ausbruch oben sehe ich gar nicht wenn dann sehe ich einen fehler ausbruch unten weil wir einen doppelboden gab der doppelboden ist gebrochen mit einer kerze und nachher der markt direkt stabilisiert und hochgetreten also das ist klassischer fehler ausbruch unten nicht oben ja also für fehler ausbruch oben müsst ihr hier einmal über die linie drüber und dann wieder nach unten dann wäre es ein fehler ausbruch oben so ist jetzt einfach nur ein rücklauf im abwärtstrend momentan noch von dem trendwechsel können wir hier noch nicht sprechen aber deswegen wollte ich gerade mit euch auf die andere zeiteinheit springen um eben diese trendlinie hier mal ranzuholen denn die liegt jetzt am montag bei 12 9 50 schon 12 9 50 gut da lag auch im tag jetzt schaut diese eine linie und die pullback linie die auch da gerade gesehen warte ich will bloß mal als die nummer kerzen so blöd aus ja dass ihr das seht wo kommt der her der kommt hier vom 16 august zieht sich dieser abwärtstrend jetzt runter liegt hier im bereich um 9 50 oben haben wir die andere geschichte linie liegt dann bei 13 200 dazwischen ist nicht viel das muss man auch mal zur kenntnis nehmen ja das heißt für diejenigen die fleißig auf der shortseite aktiv sind und mit stoppschieben beschäftigt sind soll auch ein bisschen gesagt sein aufpassen halten also auch wenn man dann mit 13.000 plötzlich sieht und man ist der meinung ja jetzt muss er aber runter kann halt auch sein dass er der schnur strax einfach durchmarschiert und die nächste tabel liegt tatsächlich erst hier im bereich um 13.200 da wird es dann wieder ein bisschen griffiger im chart denn da kommt auch einiges zusammen 13 1 90 13 200 was dann reagieren kann und dann könnte hier ein fehler ausbruch das wäre möglichkeit für fehl ausbruch und anders oben haben wir noch kein fehler ausbruch sehe ich nicht was wir jetzt hier hatten ist die flacke die ist auch sogar sehr exakt aufgegangen also wir haben die leute die von uns die updates bekommen premium dienst haben wir die ganze zeit schon auf unsere 5 65 gelauert wir haben hier oben schon bei 49 hatte ich rumgeschickt damals am was war das dienstag dass man da besser mal long position raus nimmt weil eben auf 650 zurück kann dann wäre es ja schade wenn man das einfach nur zuguckt rückwärts und die punkte dann eben nicht mitnehmen kann dann hat man so als er langsam auf die 650 zu ging hat man schon gesagt naja eigentlich so 600 55 65 65 doch 65 und das wäre eigentlich perfekt halt das war untere flacken kann da das war sks ziel aus der sks hier oben und er hat es perfekt gemacht also wirklich schöner lauf gewesen auch am freitag gut durchgezogen schön tiefer früher start also sehr 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 stimmig flacke ausgelöst und das in der verfalls war das hat schon fast seltenheitswert im dax aber hat er gut gemacht an der stelle auch noch mal so ein hinweis ich weiß es sind immer viele die die wollen dann dass ich mich mal gut fühle und sagen dann das hast du gut gemacht diese woche mensch das war eine gute analyse aber ihr müsst euch immer ein bisschen vor augen halten dass ich an sich jeden tag gleich analysiere na also das heißt ich bin ich das eine mal besonders gut oder das eine mal besonders schlecht sondern ich analysiere jeden tag den markt gleich und da müsst ihr aufpassen dass ihr das nicht als leistung meinerseits seht sondern als leistung vom dax seht wenn er besonders gut läuft oder besonders nicht es gibt technisch geprägte wochen und monate es gibt nicht technisch geprägte wochen und monate und eure aufgabe als trader ist immer zu beobachten wann funktioniert euer eigenes setup eure eigene lesart gut und wann schlecht macht nicht so viel gibt nicht so viel euch selber dann die schuld wenn mal irgendwo eine trendlinie nicht richtig bricht die aber sauber nach nach buch oder nach methodik gezogen habt und der markt nimmt die nicht sauber an weil das muss man schon unterscheiden läuft der markt technisch sauber läuft er nicht technisch sauber das ist ganz 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 wichtig dass ihr das lernt zu unterscheiden dass es technisch saubere tage und technisch unsaubere tage gibt weil ihr letztendlich dazu angehalten seid dann zu traden wenn der markt auch sauber läuft weiter dann lässt sich leichter geld verdienen als wenn ich in einen markt der nur rumstochert der nur fehl signale generiert dann versuche zu erzwingen dass ich da noch geld rausholen nein dann ziehe ich mich dort zurück macht und nur ein zwei trades und wenn ich merke der will einfach nicht der hat keinen bock dann lasse ich das und dann schnappe ich mir wieder solche wochen wo das gut funktioniert und dann setze ich dort eben an und handle dort mehr aber das muss man ganz klar erkennen ja dass das muss das müsst ihr ganz klar erkennen der markt läuft wirklich gerade gut nicht der analyst hat jetzt mal besonders gut gerade analysiert halt das wäre nicht nur ich sein weil das sind klassische pattern die ich anwende das ist eine klassische lesart die ich nutze das wird auch andere geben die auf einen skst bei 65 hingewiesen haben andere die gesagt haben da ist eine flagge die kann nach oben lösen weiteres potenzial vergeben das ist einfach charttechnik so und das habe ich nicht erfunden ich habe es bestimmt in bestimmten punkten einfach für mich verfeinert weil ich immer der meinung bin theorie und praxis ist ein meilenweiter unterschied in allen berufsklassen es gibt die theoretiker die sind sehr intelligent machen sich viele gedanken haben aber auch von der praxis wenig ahnung und es ist nicht selten so dass diejenigen die die bücher schreiben ist die bücher schreiben weil sie eben nicht den ganzen tag im markt reden und das geld dort verdienen da muss man immer ein bisschen aufpassen und einfach auch unterscheiden halt und gucken wo ist praxis wo ist theorie und deswegen habe ich für mich einfach ein paar sachen die aus lehrbüchern sind komplett ausgeklammert das beachte ich gar nicht das betrachte ich gar nicht und dafür gibt es andere sachen wo ich sage das steht in jedem lehrbuch so drin das funktioniert aber überhaupt nicht du musst es anders machen muss es anders anwenden funktioniert das und für euch ist es einfach nur wichtig noch mal nicht martin freitag hast du super analysiert sondern mensch dax war freitag das ist für das eigene mindset unheimlich wichtig wohin projiziert man eigentlich eine erwartungshaltung und die erwartungshaltung sollte nicht sein dass ein analyst gut oder schlecht analysiert sondern zu gucken läuft der markt gerade so wie ich persönlich dass ihr so wie ihr das erwartet wenn ja dann wird viel getradet dann wird getradet wird mitgegangen wenn ihr aber merkt nein weil analyse und so weiter und so fort dann nicht aber wenn ihr das so auf den analysten projiziert dann neigt man auch leicht dazu zu sagen heute habe ich Geld verloren weil die analyse scheiße war und das macht es euch schwerer auf den richtigen weg zu kommen glaube ich dann sucht man den fehler immer an der falschen stelle es ist viel leichter den markt zu beurteilen als sich von jemand anderem abhängig zu machen man kann eine analyse nutzen man kann die schauen aber man sollte immer die projektion auf den markt der markt ist das was man handelt nicht den analysten das ist ganz 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 wichtig so punkt viel viel drum herum gelabert aber trotzdem ist es wichtig was mir wirklich ganz 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 krass am freitag aufgefallen ist wie viele dann dazu gesagt haben das war super analysiert und hut ab und ich mache aber nichts anderes gemacht wie jeden freitag auch das ist das gleiche setup was wir jeden freitag immer wieder abverlagen die gleichen marken und so weiter was wir anlegen wo wir gucken und der markt hat das sauber aufgegriffen hat also das ist ein zeichen dass der markt technisch schön sauber gelaufen ist ja nicht dass ich besonders gutes gemacht habe an der stelle mal ganz wichtig das zu erwähnen so also laufen wir weiter haben wir wie gesagt bei 59 eigentlich so den knackpunkt für den montag wie wir den dachs kennen wird er wahrscheinlich dort mit dem aufwärtsgeber öffnen könnte ich mir sehr sehr gut vorstellen und von dort dann wahrscheinlich auch erst mal wieder nach unten streben dass die leute alle nicht mehr wissen was fast ist sollte das so kommen und er wirklich von 59 nach unten abstoßen kann der nämlich gut und gerne ganzen meter auch wieder zurück bis unter die 700 würde der sich kein zacken in der grunde ausbrechen und sogar bis 600 könnte er wieder zurück wenn er hier oben abprallt weil dann wäre das hier ein fehlausbruch tatsächlich an einem neuen hoch das wären wieder ein abprall an einem abwärtstrend und dann 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 sollte man schon einplanen dass da eine gute welle zurückkommen kann ich glaube dann würde ich erst mal long so lange zurückstellen bis bis der neue tag ist über 950 liefert ja das heißt wenn er hier eröffnet und er zieht hier runter würde ich mich sehr 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 vorsichtig auf long zeigen wirklich nur wenn eine schöne umkehr kommt und wir fette grüne kerzen sehen und wirklich kaufkraft richtig rein presst dann ja ansonsten kann der nämlich auch einfach hier aufwärtsgeber und dann montag bis dienstag erst mal wieder in die erholung gehen weil sich freitag ein bisschen verausgabt hat ansonsten ist alles oberhalb von 59 haben auch schon darüber gesprochen eher long orientiert richtung ja 13.000 13.050 13.200 da ist wirklich ein guter meter platz das sollte man definitiv mit einkalkulieren und sollten wir gar nicht an der 950 sein was ich aber schon erst mal denken würde und direkt nach unten umdrehen zum montag ist schwierig schwierig hat er nichts wirklich wo er sich hochdrehen kann 700 wäre eine idee ja also bereits um 37 700 ich glaube das wäre so für mich so eine zielpeilung wo ich mal gucken würde aber hochdreht 37 bis 700 das ist so macht und dann noch mal probiert die 950 zu erreichen aber knackpunkt ist klar die 950 um da kommen wir nicht drum herum und wenn er wenn er nach unten arbeitet hier würde ich eher vorsichtig sein auch bei 37 700 ist eine schöne stelle aber wenn die nicht hält steht er halt auch wirklich schnell dann hier wieder in dem bereich um 600 muss schon der muss schon gut dranbleiben flach zur seite ist immer gut danach geht es leichter nach oben weiter raus wenn wir sowas hier irgendwie drei vier stunden einfach nur zur seite wäre das ein gutes anzeichen dafür dass er noch weiter nach oben sticht dann ja und da von daher würde ich eher eher fokus auf 59 49 dann den bereich legen da ist ja auch noch das offene gap das hat er beim letzten mal nicht richtig zugekriegt da ist er kurz vorher gedreht zwei punkte drei punkte ja punkt das ist es machen wir hier zu wenn ich euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss